Hi und herzlich willkommen zu einem Streichholzrätsel, das in eine andere Kategorie fällt als sonst, obwohl auch hier ein einziges Streichholz verschoben werden muss, sodass die Gleichung 7-7 gleich 71 korrigiert werden soll. Und die Idee, die man hier haben muss, ist wirklich schwierig. Also haltet das Video mal an, gebt euch ein bisschen Zeit und schaut mal, ob ihr drauf kommt. Was wir nämlich hier machen, ist eine Kombination aus Taktiken von anderen Streichholzrätseln. Erstens, wir nehmen der 7 einen Strich weg und machen sie zu einer 1. Haben wir schon öfter mal gesehen. Zweitens, diesen Strich, dieses Streichholz, das wir weggenommen haben, ersetzen wir nicht woanders bei einer Zahl, sondern wir machen es zu einem eigenen Rechenzeichen. Und zwar, auf der rechten Seite setzen wir es zwischen die 7, oder das, was eine 7 mal war, und die 1. Und was dann passiert, ist, dass da steht, 7-7 gleich 1-1. Und darauf musste man erstmal kommen, dass man aus der Zahl auf der rechten Seite auch eine eigene Rechnung machen kann. Und so stimmt es natürlich, weil 0 ist 0. Viel Spaß übrigens auch bei diesen vielen Streichholzrätseln auf unterschiedlichstem Schwierigkeitsniveau und, wenn ihr Lust auf mehr so Gehirnjogging-Einheiten habt, bei diesem IQ-Test. Mega smart. Probiert mal, ob ihr den hinbekommt. Ciao.